Hey und willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Bad Wars. Heute auf der Karawanen-Map mit eurem Manuel L. Jackson. So, ich bin bereit. Wer will auf Fresse? Wer will mal richtig einen auf die Fresse bekommen? Der hüpft einfach nur in seiner Wohnung rum. Ach, der baut die ein. Achso. Okay, dann gehe ich einfach in die Mitte. Was ist los, Alter? Ihr baut schön eure Betten ab und ich gehe in die Mitte. Und ich bin da. Ja, wie viel liege ich denn hier wieder rum? Alter. Und ich habe 20, 22 Gold. Er holt mein Bett, er holt mein Bett. Nein, tu es nicht. Willi. Scheiße, ich brauche länger, ich brauche länger. Oder? Jetzt kommen beide zu mir. Das ist doch nicht wahr, aber ich schaffe es. Ich schaffe es. Oh Gott, oh Gott, okay. Okay, guten Tag. Der da hinten auch. Oh. Habe ich ihn? Ist er tot? Ja, ich habe ihn gekillt. Ich habe es nicht mal mitbekommen, Alter. So krass bin ich. Das ist ja lustig. So, noch einen Stärketrank. Dann vielleicht nochmal ganz kurz. Ja, weiß ich nicht. Hier, eventuell eine Rettungsplattform. Mann, ich kann mir alles leisten. Ich bin einfach reich. Was macht er denn da? Junge, du kommst hier nicht rein. Komm, lauf, lauf in meinen Fall rein, bitte. Ach, scheiße, ey. Hätte sich ruhig umbringen lassen können, das Arschloch. Er sieht das nicht, oder? Warte. Ja, ja, ja. Ich tue so. Ich kaufe hier gerade ein. Ich kaufe hier gerade ein. Ich sehe dich nicht. Ich sehe dich nicht. Hä? Was hast du denn vor, Junge? Komm. Oh Gott, vor allem, den gibt es ja auch noch. Oh, ich habe ihn getroffen. Oh. Das tut mir leid. Nur, weißt du was? Es ist mir egal. Es ist mir einfach alles egal. Ich gehe da jetzt rein und dann ist es vorbei. Ich werde ihn jetzt einfach wegrecken, Mann. Das Arschloch, was da immer auf mich lauert. In meinem Gesicht. Was macht er denn? Hä? Da, er probiert auch nichts mehr. In der Mitte ist mittlerweile auch einer. Okay. Na, komm doch. Willi. Er ist tot. Oh mein Gott. Das war nice. Sorry. Ich hole mir jetzt dein Bett. Ach, komm. Weißt du was? Es ist mir alles egal. Zack. Hier, komm. Flieg. Was hat er denn hier? Oh nein. Oder? Ach, komm, ey. Oh, ich habe dein Bett. Es ist gut. Nee, ist er nicht. Okay. Nein, er ist bei meinem Bett. Der andere. Was macht er denn da? Nein. Willi. Ja, nice. Dann ruhe ich mir trotzdem nochmal eben eine Plattform zum Zurück. Ein Port-Ding, meine ich. Er kommt. Er kommt. Hä? Versucht er mich jetzt da echt abzufahren? Ich töt ihn jetzt einfach so. Komm mal her. Komm mal her, Junge. Hä? Was? Wurde von... Oh. Von wem anders, der einen Bogen hat? Okay. Das war nicht die klügste Idee. Scheiße. Oh shit. Hä? Von... Ich verstehe das. Was ist da passiert? Ich... Hallo. Na? Ist er... Er ist gerade runtergelaufen. Oh mein Gott. Als ob. Ihr fliegt doch. Hä? Ja, komm dann. Viel Spaß da noch. Ich baue mir dein Bett ab. So. Und ich habe dein Bett. Zack. Du bist... Game over. So, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich ein kleines Problem, weil... Da liegt ja noch einer und der hat sein Bett. Ist ein bisschen doof. Wo gammelst du denn jetzt ab? Von da gehe ich gar nicht erst rüber. So. Ich laufe jetzt einfach und hoffe, dass er mich nicht runterballert. Denn das wäre ziemlich doof. Wo bist du? Junge? Hä? Ist er zu... Nee, er ist da hinten. Hä? Was macht er denn? Er war nie in der Mitte. Hä? Er war niemals in der Mitte. Als ob. Als ob. Hä? Okay. Planänderung. 50 Gold. Ich kaufe mir jetzt eine Anna Pearl und so eine... So eine Zerstörungsscheiße. Eine Enderperle und eine sogenannte Zerstörungsscheiße. Ich kann mir sogar zwei davon kaufen, als ob. Ich mache das. Man kann sich zwar mit Sicherheit noch geilere Sachen kaufen, aber weißt du was? Jolo ist weg. Ich gehe jetzt einfach zu dir. Hoffentlich stört ihn das nicht. Das finde ich ein bisschen traurig. Was macht er denn da auch? Wohin will er denn? Versteht er gar nicht, wo ich bin? Er hat nicht... Er hat nicht verstanden, dass mein Bett schon längst abgebaut wurde. Er macht einfach weiter. Da hinten ist Türkis. Ja, okay. Dann... Gehe ich da mal in die Richtung. Und ballere ihm das dann einfach rein. Hoffe ich. Dann ballere ich das da jetzt rein. Genau da, wo er gerade steht. Treffe ich? Na, scheinbar nicht. Aber ist mir egal. Habe ja zwei Versuche. Ja, ich habe getroffen. Er stirbt, oder? Ja, nice. Was auch immer er hatte. Es ist weg. So, und dann komme ich zu dir. Hallo. Hi. So, wie geht es dir so? Alles tut die? Er hat es nicht mehr eingebaut. Wow. Alter. Da hätte er fast noch gewonnen. Aber auch nur fast. Kleine Überraschung. Ich spiele jetzt nämlich mit ein paar Random Bobs. Eine kleine Runde. Minikov Bad Wars. Zweimal vier. Und wir sind nur zu dritt. Ja, geil. Das wird witzig. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Hier, nehmt die Blöcke, Leute. Ich gib sie euch. Ich produziere neue für euch. Und er geht wieder hoch. Das ist doch schön. So arbeitet man zusammen. Hier, Chrisinompa. Ach, toller Spaß. Dann nimm das. Dann nehm ich mir mal eine Spitzhacke auf, wenn ich die niemals brauchen werde. Aber egal. Ist denn schon einer da? Gibt's hier ne Mitte? Ist das ne Mitte? Ja, es gibt ne Mitte. Oh. Alter. Die sind aber noch gar nicht angekommen. Scheinbar. Ach, die wollen noch gar nicht in die Mitte. Okay. Ja, das ist, äh, ne tolle Idee. Hier. Kannst du nehmen. Was war? Was tut er? Das war so sinnlos. Das war so sinnlos. Aber weißt du was? Komm. Ich mach mit. Das Spiel. Spiel ich gerne mit. Hallo. Als ob, Alter. Als ob. Aber ich sterb trotzdem noch, oder? Nee. Oh, Mann. Komm, und. Oh. Alter. Ich bin. Ein Monster bin ich. Ich hab's alleine gerissen. Und der Einzige, der mich besiegt hat, war ich selber, weil ich mich umbringen wollte. Also, wenn das kein geiler Move war, dann, ja, weiß ich auch nicht. Lol. Einer von meinen Leuten ist gestorben. Jetzt wreck den Dom mal weg. Seid ihr denn komplett bescheuert? Das ist der Letzte. Und noch einer. Wow. Wow. Das ist immer impressive. Weißt du, man reißt alles. Man schafft das Unmögliche. Die Leute, mit denen man spielt, die haben nur eine Aufgabe, nämlich den letzten zu töten. Und was machen die? Ja, gar nichts. Jetzt kämpft er da. Ich mein, das ist ja richtig. Aber warum musste es denn dazu kommen? Das ist so sinnlos. Lol. Als ob. Als ob. Noch einmal treffen, du bist tot. Was macht er denn da? Hä? Junge. Ich, ich gehe jetzt einfach zu dir. Sag mal, wie sterben denn meine Leute die ganze Zeit? Das war knapp. Das war. Ich hab nochmal, ich hab ihn einfach nochmal getroffen. Was machen meine Leute? Ich verstehe das nicht. Gib mal bitte das Gold. Und meine Mage sterben weiterhin. Es ist so krass. Geht in die Mitte. Was machen die denn hier? Oh Gott. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Die Leute equippen sich nicht. Schaffen irgendwie gar nichts. Und jetzt ist der Typ sogar noch da. Ja. Okay. Das ist halt so geil. Die können fast bridgen. Aber einfach nicht, nicht spielen. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Wow. Wow. Da ist mein Aiming wieder on point. So, komm. Jetzt renn noch durch. Komm. Komm. Ja. Und er ist. Er hat's geschafft. Er hat's geschafft. Zum ersten Mal in seinem Leben hat er etwas gerissen. Ja. Alter Vater. Das hätt so viel schneller gehen können. Aber naja. Dann bewerte den Part. Und wir sehen uns bei der nächsten Runde wieder. Tschüss. Bis dann. Und wir sehen uns bei der nächsten Runde. Tschüss. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!